Der Canon PIXMA MX870 ist ein Multifunktionsgerät zum Scannen, Drucken, Kopieren und Faxen bis Format A4. Als Besonderheit ist der Druck von einem iPhone und iPod Touch per WLAN-Verbindung möglich. Über das 2,5 Zoll große Farbdisplay werden beispielsweise die Bilder für den Direktdruck von Speichermedien ausgewählt. Das Gerät hat als Schnittstellen einen USB 2.0 Anschluss, einen Netzwerkanschluss für Ethernet und Faxanschluss. Laut Canon druckt das Gerät 6,1 Farbseiten und 9,4 Schwarz-Weiß-Seiten pro Minute nach ISO-Standard. Diverse Speicherkartentypen, darunter SD-Cards und Memory-Sticks, können direkt mit dem Gerät verbunden werden. Der Drucker arbeitet mit 5 separaten Tintenpatronen. Der Canon PIXMA MX870 kann verwendet werden unter Windows XP, Vistao und Windows 7 sowie macOS ab Version 10.4 bis 10.6.